Da sind wir wieder aus dem hohen Norden. Kai hat euch ja im letzten Video gezeigt, wie die Scholle gebraten wird und ich zeige euch heute, wie man sie filetiert und das nach dem Intro. Das dicke Ding ist gebraten und nun filetieren wir das zusammen. Plattfische haben immer vier Filets und das ist noch viel einfacher als eine Dorade zu filetieren oder eine Forelle. Wir sind ja zu Hause, das habt ihr bestimmt alle. Das ist ein Kuchenheber und da komme ich viel besser mit zurecht, als hätte ich jetzt ein Fischbesteck. Wir fangen hinten am Schwanz an und da ist die Mittelgräte. Einmal nach vorne. So und da seht ihr schon, der ist schön glasig gebraten. Kai hat das super hingekriegt. Und Kai hat ja hier unten auch schon ein bisschen was von dem Saum abgeschnitten, aber trotzdem schieben wir hier das einmal noch drunter, weil hier so kleine Gräten sind. Das nachher zum Naschen. Wir teilen das nochmal, weil das Filet ist wirklich groß. Seht ihr das? Seht ihr das? Ich mache es mal von der Seite. Dann könnt ihr besser gucken. Und der zweite Teil von dem einen Filet. Seht ihr, wie schön man da runterkommt mit dem Kuchenheber. So. Und das zweite Filet. Jetzt wäre das ja ein bisschen kompliziert, ihn umzudrehen. Ihr macht folgendes. Am besten hinten vom Schwanz die Gräte einmal. Ah, leider nicht so wie ich. Aber ihr seht ja, es geht. Das ist das, was übrig ist. Nicht mal mehr zum Ablutschen. Dann haben wir hier wieder Kleingräten. Die tun wir beiseite vom Saum. Und dann haben wir auch schon grätenfrei den Rest von unseren Filets. Das ist jetzt das letzte Stück vom vierten Filet. Und jetzt richten wir unseren Teller an. Kai hat ja schon mal Spinat und Kartoffelgratin vorbereitet. Und da grapieren wir jetzt unser letzten Teil von dem Filet. Und was ich jetzt noch mache, das Topping, was noch fehlt, sind natürlich die tollen Krabben. Die dürfen nicht fehlen. Und das ist unsere Scholle. Büsoma A mit Spinat und laktosefreiem Kartoffelkarton. Guten Appetit. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Oder über ein Abo würden wir uns auch freuen. Und ich muss jetzt ganz schnell aufhören, weil ich habe schon mega Hunger. Und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.